Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Rayman Legends. Mein Name ist der DDP, das ist Rayman, das ist das sind faule Früchchen und die werden wir jetzt pflücken gehen. Die pflücken wir uns oder kaufen wir uns, haha, wir kaufen uns faule Früchchen? Egal, hab schon Schlimmeres getan. Och nö, hab ich echt so blöd jetzt angefangen? Egal, kann man ja mal machen. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber auf jeden Fall kriege ich so einen Käfig. Hab dich doch, keine Sorge, Kleiner. Junger Mann! Er sagt, yay, das gefällt. Ah, cool! Oh, auch ne schöne Methode. Aber wir sind trotzdem noch so cool wie vorher. Nur, dass man mich jetzt bestimmt noch schwieriger erkennt. Vielleicht sollte ich dann die Qualität meines Videos ein bisschen besser machen. Wäre ja vielleicht nicht mal so schlecht euch zuliebe. Aber weil wir jetzt so klein sind, kommen wir hier auch hin. Auf der linken Seite ist nix. Auf der linken Seite ist nix. Okay, dann weiter nach rechts. Hui! Ach, das gehen wir so hin. Uh! Nein! Dann hab ich's echt schon wieder versaut. Kriege ich da wenigstens die Einzelnen dann noch, danke. Oh, wir werden los. Was ist hier los? Uh! Ich wusste es irgendwie. Help me! Äh, was? Die Mutter wird das nicht aushalten. Oh, hier gibt's immer so schöne Extranums. Das freut mich. Wow. Und! Wow! Fail! Was für Fail! Nein, ey! So stylisch alles gemacht. Und, ja, und dann sowas aber auch. Das sowas aber auch. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie vierte Folge das ist. Es könnte sogar sein, dass das zu meinem, ähm, zweijährigen Jubiläum kommt. Yay! Zwei Jahre mache ich jetzt bestimmt schon mittlerweile Let's Plays. Boah! Ja, das könnte echt hinkommen. King Kong. Mann, zwei Jahre mache ich jetzt schon Let's Plays. Ich hoffe, ich hab euch, äh, ich hab auch, ich war jetzt nicht so faul, und hab auch mein, äh, zweijähriges Jubiläum hochgeladen. Ich, äh, Special gemacht vor allem. Ich muss es ja noch machen. Ich hab's bei meinem alten Laptop gemacht damals. Und da seh ich doch, da ist was. Das will ich haben. Komm, das, das holen wir uns. Das gönnen wir uns jetzt mal. Wow! Wir kennen uns ja hier richtig fortbewegen. Wir können uns zwar nicht hoch, außer einmal, aber... Das... Ja gut, wir hätten das auch so machen können. Alles klar. Hab kapiert. Wo bist du? Bist du aber schon hier? Ich wusste es. Ja, auf jeden Fall, äh, zweijähriges Jubiläum. Mann, 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 wie die Zeit doch vergeht. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht mal, was, äh, mein schönstes Erlebnis in der ganzen Zeit ist. Ich glaube, das Schönste war einfach nur, wo es dann wirklich so losging mit den, äh, ganzen Abonnenten und Zuschauern und den ganzen Likes. Vor allem, wie viele Likes und Aufrufe ich ja von euch bekommen habe. Das ist echt wunder, wunderschön. Haha! Nee, das ist voll cool als kleiner. Muss ich mal so sagen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die ganzen Aufrufe, das ist ja echt unglaublich. Ähm, vor allem, wie viele Kommentare, das mit den Kommentaren hat sich so stark verbessert vor allem. Es war ja am Anfang wirklich immer lauter, aber es hat sich echt gesteigert. Auch wenn es nicht gerade bei den aktuellsten Videos ist, ist ja nicht mal so schlimm. Auch wenn es manchmal cool wäre, damit man in den nächsten Folgen weiter darüber reden kann. Aber im Allgemeinen ist das echt... Klasse, ich baue mir hier an irgendwas. Ich, ich hänge an dir. Hast du gehört, Hannes? Ich hänge an dir. Auch wenn wir uns manchmal nicht ganz so doll lieb haben, wie wir es könnten, aber... Ich hänge an dir. Moment, irgendwie glaube ich, dass ich da nochmal hoch will. Wer weiß, was da noch so alles entgegenkommt. Er ist doch bestimmt wieder irgendwo ein Kleindling versteckt. Habe ich nicht recht? Na komm schon, ich habe doch recht. Ja, ich wollte es hier wo ranspringen, wo ein Loch ist. Ist auch schön. Und ich rede jetzt nicht von einem Ohrloch. Na, wo ist er denn? Das kann doch hier nicht unendlich lange gehen. Oder wiederholt sich das hier gerade? Ja klar, das wiederholt sich doch jetzt hier. Hier ist sonst nichts. Warum kann ich denn hier... Ah, das war sehr auffällig. Muss ich ja mal so anmerken. Aber okay, ich sollte mich nicht beschweren. Ist doch schön, wenn sie mir... Ja, selbst wenn ich hier so lang trenne, ist es ja schon auffällig. Ich sollte mich ja nicht über sowas beschweren. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich werde jetzt hier nicht... Ja. Schade eigentlich. Da denkt man, man ist... Mal ein bisschen stylisch unterwegs und dann... Oh, ich wollte mal... Achso, ich bleibe auch klein. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich jetzt gar nicht groß werden. Ich wollte mal groß machen. Wow. Seht ihr? Das hätte ich jetzt als Großer niemals wieder überlebt. Muss man ja mal so anmerken. Ich höre was. Da ist wer. Hey. Hab dich. Mein kleiner, kleiner Freund. Achso, verstehe. Gut, das hätte ich jetzt auch ganz schnell ins Auge gehen können. Ich bin groß. Ich will aber nicht groß sein. Boah. Großer Raymond macht mir irgendwie immer nur Ärger. Und lässt die Lumster. Da ganz allein. Das ist nicht nett, Raymond. Raymond! Rettet sie alle! Also, wenigstens ein paar. Ist auch in Ordnung, Ray. Ray, Ray. Wenigstens so hast du es versucht. Darauf kommt es doch an. Puh. Muss ja mal sagen, es ist in erster Linie natürlich für Kinder gedacht das Spiel, aber es ist stellenweise doch ganz schön anstrengend. Und gerade, was ja viele immer vergessen, wenn man nebenbei kommentiert, ist das Ganze ja sowieso auch ein bisschen anstrengender. Ich weiß, das benutzen ganz viele immer als Ausrede von den Let's Playern. Äh, bei manchen Spielen, wow. Bei manchen Spielen geht das eigentlich. Mit dem konzentrieren und nebenbei labern. Aber, naja, hier glaube ich würde ich jetzt nicht mehr wirklich den Hauptgewinn ziehen. Und hier ist doch wieder einer, oder? Ich muss hier klein sein. Habe ich irgendwie meine kleinfreie Karte verpasst? Ah, hier. Und ich höre schon wieder ein Help Me. Ich habe ein Help Me gehört. Und ich nehme es sehr ernst. Da ist es. Ey, wie man sich jetzt klein, aber auch hier wirklich überall durchschummeln kann. Tja, unglaublich eigentlich. Aber uns fehlt immer noch einer. Was? Ja. Okay. Achso, ich dachte, ich werde jetzt wieder groß. Dann ist doch alles gut. Die Würstchen Fabrik. Ich muss, wenn ich das richtig sehe, nach unten kommen. Allerdings habe ich auch nicht zu weit nach rechts. Äh, zu weit nach links. Ja, passt mal auf. Ja, da. Da ist meine Freikarte gewesen. Und ich habe jetzt echt einen vergessen. Ne, zwei sogar. Und man, wo habe ich denn zwei vergessen? Und ich habe nicht mal alle Lums. Schade, das ist ja nicht so gut abgeschlossen. Aber okay. Trotzdem ganz nett. Aber trotzdem ein schönes Level. Muss man ja trotzdem mal anmerken, nebenbei. Wie ist denn der Lord Morthos? Warum sind sie hier? Äh... Hombra, Koss, Es-Fambrero, N-View? Was? Der Mann mit den Hutschig-Sieh? Unglaublich. Jetzt ist etwa Heisenberg. So ein scheiß. Schwarz, was ich hier laber. Ach, rum laber ich sowas. Egal. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt retten wir auf jeden Fall erstmal Estelia, habe ich das richtig gelesen oder in Erinnerung? Oh, die sieht aber auch nicht so schön aus. Estelia, hieß du so? Ja, da oben links steht es ja, Estelia, Entschuldigung. Die Musik ist aber auch schon wieder so schön. Lauf um dein Leben. Oh, das Lied. Das ist schön. Das ist einfach nur ein Traum. Oh, es ist einfach nur herrlich. Das macht doch wieder voll viel Spaß. Äh, öff, boah, voll viel Spaß gerade. Ich mag ja, äh, Raymond sehr. Muss ich wirklich mal sagen. Bin gespannt, ob ich das immer noch sage, wenn ich dann mein, äh, traurigerweise Blind, ähm, Let's Play mache zu dem ersten Raymond-Spiel. Was heißt das von, äh, so blind ist es eigentlich. Ich habe mir vor Jahren, äh, mal zur Hälfte ein Let's Play dazu gehört. Wenn es wirklich zur Hälfte war. Viel habe ich nicht davon sehen dürfen, aber okay, ja, haben wir mal wieder geschafft, würde ich sagen. Und wenn ich das Richtige sogar hier von den Lumps-Zahlen her mal wieder ein perfektes Level. Oh, ich bin Goldständer, meine Klöten sind komplett aus Gold. Ne, ich habe Klöten aus Puren, Gold. So, jetzt komm und zeig dich. Vorhang auf für Estidia. Das Einzige, was ihr hattet, ist Brüste. Oh. Reto Olympia. Halt, nein. Also, ich war bei meinem Zeug. Okay, ich habe gedacht, ich wäre auf den Glückslosen. Ich habe mich jedes Mal gefragt. Oh, mal wieder ein paar. Bonus Lumps. Schön. Äh, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber jetzt auf einmal, ich weiß nicht mal warum. Ich hatte scheinbar jetzt gerade irgendwie einen Gedankengang, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Das liegt bestimmt daran, weil, äh, diese Estidia voll die blöde Gans ist. Wir sind ja Enten. Kommt da wieder der böse Bösling. Böse Bösling. Warum lachst du? Es ist doch viel cooler, eine Ente zu sein, als ein Kleinling. Oder sehe ich hier was falsch? Die sind böse Bubis. Die spucken gerne, äh, Feuer. Ja, ja. Solche Bubis sind das. Gibt es da lang? Nein. Hätte ja sein können. Hätte. Ist aber nicht so, äh. Moment mal. Da ist ein Seil und das ist da bestimmt nicht. Hey. Was war das denn? Hey. Bin ich jetzt blöd? Da hängt ein Seil rum. Ich. Moment mal, ich kenne das auch Seil eh nicht greifen. Ich bin eine Ente. Ich bin eine blöde Ente. Ja, was heißt die blöde Ente? Ich bin die klügste Ente der Welt. Aber. Warum? Ist bestimmt gar nicht möglich, das Ding zu greifen. Nee, ist es nicht, dass wir da jetzt, äh, das gegriffen. Maffi! Hey, Rayman! Hey, Rayman! Jetzt habe ich voll leise gelabert. Guacamole! Mann. Jetzt haben wir eine geröstete Ente. Maffi! Hey, Rayman! Mach die leckere Guacamole! Wie lange hält die eigentlich? Hält auch nicht ewig, okay. Bam. Ja, jetzt guckt mal, die spucken Feuer. Seht ihr? Ja, und dann wollen sie. Ich habe mich verarschen lassen. Tust du mir das ernsthaft an, Murphy? Ich dachte, wir sind jetzt endlich mal Freunde. Und dann sowas. Moment. Das ist hier gerade viel zu auffällig, wollte ich sagen. Und dann... Haha. Aber warte mal, ich habe hier doch irgendwie ein Help-Me-Schrei gehört. Oder bin ich jetzt blöd? Hä? Hä? Ne, ich bin scheinbar gerade verwirrt. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte gerade ein... Help-Me! Boah! Ich soll aufhören, meine Herzen immer so sinnlos. Super schön. Jetzt habe ich ein Happy gehört. Kannst du mal bitte? Danke. Ja, fang mal den ganzen Rummel für mich ab. Ich bin nur eine Ente. Aber hier ist ein... Oh! Was kann ich denn als Ente schon so viel anrichten? Okay, das war... Syppel! Oh, Leute, es wird schon wieder Tag draußen. Total krank eigentlich. Ich habe irgendwie gar keine Lust, gerade aufzuhören. Aufnehmen. Ich habe Spaß. Das ist schön. Nur ich hätte auch irgendwie Bock, die Folgen gleich wieder zu schneiden. Ich bin ja so einer... Ich höre ja... Äh, ich liebe mich ja dann erst schlafen, wenn ich auch die Folgen geschnitten habe. Eine folgenschwere Entscheidung, aber... Naja. So bin ich. Uh! Ne, nochmal hoch, bitte. Haha. Hätte ich fast übersehen. Äh. Oh, es ist... Also, ich gewöhne mich langsam an Murphy. Er ist... Noch nicht mein... Best Friend oder sowas. Ah, okay. Bitte was? Quack! Quack! So. Eigentlich total simpel, aber ich mache es mir schwer. Hab verstanden. Ein Schutzbehälter. Auch nett. Oh, neues Leben. Äh, äh, Leben. Neues Herz natürlich. Äh, na, für jetzt wir... Eigentlich jetzt nicht da... ...weiter helfen sollen. Huh. Oh, du... Murphy! Du Murphy, du... Mua! Rackack! Oh, das hätte sogar noch klappen können. Äh. Ja. Jetzt aber. Damit sehe ich das gerade richtig. Ich muss das hier... ...hoffen, dass ich schnell genug bin. Dann komme ich da bloß nicht mehr hoch. Außer ich habe hier irgendwie... ...Glück. Ne. Ja, jetzt ist die Frage. Was wäre noch da oben gewesen? Schade. Moment. Murphy! Ich kann doch nicht gehen ohne meinen Kumpel. Ja, danke. Hab' ich grad nicht mehr dran gedacht. Boah, schon wieder ein Lack? Warum? So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier zwei... ...Sachen zu holen. Einmal das. Kannst du da schon mal runterfahren, Murphy? Runter nicht hoch. Runter und wieder hoch. Genau. Und ein. Uh, und da unten ist schon der nächste Käfig. Mann! Das läuft. Uh, kurz einen Überblick verschaffen. Ich will das. Wie das? Was? Wie? Das war ein automatischer Sprung. Also, ich hab' den nicht noch extra nach rechts gezogen. Ich muss da nach links ziehen. Wie fies ist das? Ich weiß, das klingt jetzt für euch... Ey, das ist doch ganz simpel. Das ist nicht so simpel. Achso, da muss ich dann eine Stampfattacke machen. Aha. Okay, ich muss doch nicht nach links ziehen. Ich muss eine Stampfattacke machen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt besser für mich ist oder nicht. Ja, ist besser. Oh, da unten krieg ich ja jetzt noch mal einen. Zack, zack. Genau, aber die kann ich gerade sagen. Fehlen... Ja. Fehlen hier nur noch zwei. Wow! Ungewollt... Äh, unbewusst richtig. Was sagt man denn dazu? Natürlich ungewollt richtig. Genau. Gut aufgepasst. Wenn ich das richtig sehe, es fehlt auch wirklich nur noch der letzte im Bunde, also der an letzter Stelle kommt. Äh, und ich höre ihn auch schon. Äh, nack, 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 nack. Da unten ist er. Okay, haben wir. Sehr schön. Dich haben wir auch. Hier machen wir mal dicht. Da so, zack. Und wir haben. Wieder ein perfektes Level. Hier gibt es sogar noch mehr. Na, sieh mal einer an. Schön. Perfektes Level. Mal wieder zum Folgenende. Traumhaft. Wie das auch wieder hier läuft. Mann, Mann, Mann. Wir beschleunigen. Da, 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 da. Da, 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 da. La, 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 la. Schön. Mir gefällt die Welt. Ich mag es als Entchen rumzurennen. Und da haben wir schon mal wieder die Murphy dabei, der vollen Futterlaune ist, oder? Das ist schon wieder der Weltenboss. Es sieht mir aber nach dem Weltenboss aus, oder? Nee. Ach, um Gott, das wäre in der Weltenboss. Das ist erst hier. Mit Riesenringen. Oh, was? Das ist einfach nur Tod oder... Tod oder Torte. So macht es bestimmt mehr Sinn. Das Wortspiel... Ach, egal. Okay. Rubbel mich, Baby. Oh, ja, ich rubbel dich, aber sowas von... Da freut sie sich. Okay. Wig. Dann zeigt mal, wer Wig ist und was... Wig. Wie spricht man das aus? Wig. Du bist mein neuer Liebling. Weg da. Ich komme, Nami. Wer seine Zunge raushängen lässt. Bum. Mir gefällt's. Klasse. Gut, ähm, ja, habt ihr mal wieder hier sinnloserweise mir weiterhin zugeguckt. Man, hab ich euch ja wieder voll rangekriegt. Ihr denkt bestimmt, Mensch, da passiert noch jetzt so voll viel. Aber eigentlich passiert gar nichts. Ich laber einfach nur schnell und... Hab sogar noch mal ein Leck dabei. Mann, Mann, Mann. Ich kann noch nicht ins letzte Level. Dafür brauche ich 400 Living Dead Party. Boah. Ist das wirklich das? Moment. Erzähl mal die Level... Äh, die Weltenzahl. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, also das sind die regulären und das ist dann scheinbar noch mal was anderes, wo ich dann 400 brauche. Oha. Wenn ich das richtig sehe, muss ich dafür... Auf jeden Fall... Alles hier so gut wie möglich. Wenn da mal ein, zwei fehlen, ist das... Schon knapp. Aber okay. Ja, alles klar. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt... Let's play Rayman. Mein Name war Rttp oder ist immer noch Rttp. Ich werde diesen Namen nicht abgeben. Ich nehme diesen Namen an. Ja. Äh, mein Name ist Rttp. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis deine Leute. Tschüss, tschüss.